So Leute, was geht ab? Heute kommt ein Video, wo ich eigentlich selber mag, aber ich nicht weiß, ob jeder von euch da so scharf drauf ist. Aber ein paar von euch haben mir in letzter Zeit geschrieben, dass sie dieses Video möchten und da ich es eigentlich auch mag, machen wir es jetzt. Das ist quasi die Account-Tour von mir, vom Bob the Legend und wir fangen einfach an mit meinen 1-Sterne-Champion, weil die interessiert sicher jeden von euch. Oder? Ich bin bei mir der einzige Allianz, der glaube ich 1-Sterne- und 2-Sterne-Champions feiert, weil ich einfach gerne viele habe. Ich habe meine 2-Sterne-Champions eigentlich fast alle auf Max-Level, außer die Phoenix, die habe ich jetzt neu gekriegt aus diesem Frauenkristall. Hat jetzt noch keine Zeit, sie hochzubringen. Aber ansonsten bin ich begeisterter Sammler von 2-Sterne-Champions, die man sonst nicht bekommen kann, weil ich das einfach cool finde, wenn ich da mehr Champions sammle. Ich weiß auch nicht, ich spiele Spiele auch wegen dem Sammeln. Aber ich weiß, ich benutze sie nie. Meine 3-Sterne-Champions, da gucke ich eigentlich, dass mein Rasta eigentlich, oder was heißt da gucke ich, da passiert einfach, dass mein Rasta eigentlich permanent relativ up-to-date bleibt. Da gibt es ganz, ganz wenige, die mir fehlen, wenn überhaupt. Ich wüsste gerade nicht, ob mir jemand fehlt. Mir fehlt der Sentinel, das weiß ich. Und ob mir sonst jemand fehlt, wüsste ich mal tatsächlich über die Bücher. Es könnte sein, dass mir absolut gar keiner fehlt, weil ich habe den Immortal Iron Fist hier. Und ich habe den klassischen Deadpool. Es könnte sein, dass ich bei den 3-Sterne-Champions tatsächlich alle habe, aktuell. Außer den Sentinel. Ja, 3 Stück sind noch nicht auf Max-Level. Hier oben seht ihr, ist der Gladiator Hulk, der Killmonger und die Healer. Der Rest ist eigentlich auch alles auf Max-Level. Das kostet unglaublich viele Ressourcen und benutzen tue ich das nicht. Das würde ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr irgendwie an so einem Status wie ich im Spiel seid oder schon ein bisschen weiter. Und die ihr es euch einfach leisten könnt. Also bei mir ist es auch teilweise so, bevor ich die Isos und alles wegwerfe, mache ich sie natürlich lieber da rein. Aber ansonsten solltet ihr schon gucken, dass ihr eher eure 4-Sterne- und 5-Sterne-Champions hochbringt. Jetzt gehen wir zu den 4-Sterne-Champions. Die sortieren wir noch kurz um. Und zwar nach meinen Max-Champions. Und bei 4-Sterne-Champions ist mittlerweile leider so, dass ich sagen muss, ich bin an einem Punkt im Spiel angekommen. Wo sie für mich keine wirklich allzu große Relevanz haben, außer es sind irgendwelche krassen Spezialisten und für die Allianz War Defense. Ich gehe euch gerade mal mit euch meine Gemaxten durch und erkläre euch so die Gründe, warum diese Charaktere gemaxt sind. Das, falls ihr die auch habt und ihr wisst, dann könnt ihr vielleicht besser entscheiden, ob ihr die auch maxen sollt. Also mein Mordo ist gemaxt aus der Zeit, als man noch keine Diversity im Krieg hatte und er natürlich da in der Defense war. Ansonsten wäre der nicht gemaxt. Mein Mephisto würde ich eigentlich auch in die Defense stellen, aber bei der Diversity habe ich einfach so eine krasse Auswahl, dass mir teilweise solche Charaktere dann meinen anderen Allianz-Mitgliedern abgeben muss. Aber sonst Mephisto ist ein solider Verteidiger. Im Angriff habe ich ihn letztens benutzt, den Tier 1 gegen den Iceman-Miniboss. Keine Chance, ich habe 100 Hits gemacht und habe ihm gerade mal 25% Leben abgezogen. Der taugt da nichts. Also in meinen Augen, es gibt sicher welche, die sagen, das stimmt nicht, aber 4 Sterne taugt da nichts. Blade ist ein sehr solider Charakter. Den könnt ihr auch als 4 Sterne Champion benutzen, wenn ihr den Star-Lord noch habt und den Ghost Rider in irgendeiner Form und ihm so mit seiner Synergien geben könnt. Ich habe ihn mittlerweile zum Glück auch als 5 Sterne Champion und ansonsten war er tatsächlich auch ein nützlicher Angreifer. Das war einer der letzten wenigen 4 Sterne Champions, die noch nützlich im Angriff waren. Dann Green Goblin habe ich einfach nur hochgebracht als Defender für Diversity und er macht einen halbwegs guten Job. Ab und zu jeden dritten Krieg bekommt er mal einen Kill. Dann der Archangel, der ist natürlich ein gnadenloser Spezialist, wenn er erweckt ist. Den benutze ich auch so ab und zu in schweren Allianz-Quests oder irgendwas, wo man ihn braucht. Allerdings hat er verloren, da mein Void ihn eigentlich relativ gut ersetzt, weil er nimmt halt die Fähigkeit vom Gegner quasi weg mit den Neurotoxin. Dafür muss der Gegner aber bluten und vergiftet werden können und am meisten benutzt man es eigentlich für Heilung. Und das denke ich einfach, der Void macht es, auch wenn der Gegner immun gegen Blut und Gift ist. Nur wenn er gegen Debuffs immun ist, geht es nicht, aber dann geht es auch nicht mit Archangel. Aber ansonsten Archangel, auch ein nützlicher Champion. Hood, eigentlich auch mehr oder weniger ein Defender. Der ein oder andere benutzen jetzt im Krieg oder so, vielleicht auch gern mal gegen eine Medusa. Habe ich noch nicht probiert, könnt ihr mal drunter schreiben, wenn ihr das gemacht habt. Dann die Rogue, die... Ja, viele mögen sie für Allianz-Quests, weil sie halt Leben zurückkriegen kann mit ihrer Superkraft 1. Ich habe sie nie groß benutzt und sie ist bei mir oben, bevor die Cuts ausgelaufen sind und weil sie ein gutes Prestige hatte. Dann der Taskmaster. Der Taskmaster, den habe ich auch noch oben, weil ich ihn einfach cool fand und ich die Cuts ausgeben musste. Tatsächlich, kurz danach habe ich jetzt den Blade bekommen und den Killmonger. Und jetzt hätte ich eigentlich lieber den Killmonger oben und würde ihn in die Defense stellen. Aber so, ja. Ich habe ihn auch mal kurz in der Defense gehabt, aber ich habe jetzt wieder den Hood nehmen dürfen. Dann Nightcrawler, der stammt auch noch... Dieses Level 5 stammt auch noch aus der Zeit, wo es natürlich ein... Keine Diversity gab im Krieg und er einfach ein brutaler Defender war. Und da hat jeder den Nightcrawler hochgebracht. Dann Hyperion. Hyperion ist ein nützlicher Charakter. Den kann man auch als 4 Sterne gut benutzen. Der klöpft schon noch gut Schaden rein, wenn ihr mit ihm eigentlich halbwegs spielt, wie man es sollte. Also einfach Heavy Spam und Superkraft 2. Das ist einfach meine Methode, weil ihr doch definitiv am meisten Wutausbrüche kriegt. Kann man noch spielen. Ist auch ein solider Defender. Dann Crossbones. Ist ein Spezialist. Den würde ich auf jeden Fall niemals abranken, weil er bis jetzt der einzige Charakter im Spiel ist, der nicht kritten kann. Und somit ganz oft gegen irgendwelche speziellen Gegner gut ist, die natürlich Sachen triggern, wenn ihr sie krittet. Dann Angela ist auch ein halbwegs solider Champion, so zum Angriff, zum Allianz-Quest und alles mögliche. Aber meine 5 Stars sind halt einfach alle stärker und sie kann da nichts viel besser wirklich als die. Iceman. Iceman ist auch ein Spezialist. Erstens, er kann nicht gewonnschottet werden von Superkraft 3. Er kann nicht vergiftet werden. Er kann nicht bluten und wenn er erweckt ist, kann der Gegner schon ab Beginn des Kampfes nicht ausweichen, solange er nicht Debuff immun ist. Und wenn ihr Superkraft 1 nachspamt, dann kann er immer wieder nicht ausweichen, solange der Kälteeinbruch auf den Gegner ist. Was eine relativ nützliche Fähigkeit ist. Hab ihn allerdings auch als 5 Star. Aber ein nützlicher Charakter. Dormammu. Der kommt auch aus der Defense. Also zu den Zeiten, wo Diversity noch nicht am Start war. Und jetzt seht ihr gerade, dass ich ihn im Krieg benutze. Weil ich meine Trinity jetzt gerade in diesem Krieg so gemacht habe, dass ich Dormammu, Blade und Gladiator Hulk dabei habe. Weil ich auf meiner Lane nur mystische Gegner habe. Und dadurch müssen sie nicht alle Schurken sein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass trotzdem alle Schurken sind. Eigentlich bin ich schon durch. Ich weiß, dass ich eigentlich, ich hätte ihn nicht gebraucht. Aber mein Dormammu ist einfach wegen früher noch auf 5,50. Und mein Ghost Rider ist noch auf Rang 4. Dann Black Widow. Auch ein Überbleibsel und früher. Die braucht Signature fast Richtung 100. Aber auf keinen Fall Steine reinstecken. Weil dafür ist sie so nützlich, ist sie jetzt auch nicht mehr. Früher konnte sie mal damit 100% die gegnerischen Fähigkeiten umgehen. Jetzt mittlerweile ist ein geringerer Prozentsatz. Ich benutze sie trotzdem wöchentlich in der Allianz Quest. Erst weil ich auf der Forschungslane laufe, wo der gute Elektro immer wieder auftaucht. Und da nach wie vor ein sehr, sehr starker Charakter gegen den Elektro ist. Weil sie Klassenvorteil hat und sehr selten das triggert. Und sie kann auch ohne Probleme am fünften Tag alle drei Elektros rausnehmen. Wenn ihr euch dazwischen nicht treffen lasst. Yondu habe ich hochgebracht. Weil ich ihn eigentlich ganz cool fand. Ich finde ihn auch nützlich. Ich finde ihn einen der meisten unterschätzten Champions. Er ist auch sehr gut gegen natürlich Magics und so gewesen. Aber das sind jetzt so viele andere Charaktere rausgekommen, die gut gegen Magics sind. Dass er eben wieder ein bisschen an Wert verloren hat. Vorteil ist, wenn ein Charakter nicht bluten kann. Der macht viel mit Blutung. Dann bricht er ihm die Rüstung. Das ist immer nützlich auf Charakteren. Und er arbeitet dann recht viel mit Debuffs vom Gegner. Gerade auch wenn er weg ist, nimmt er dann den Schaden der Gegner runter. Wenn sie Superkräfte aktivieren und Debuffs haben. Und dann kriegen sie noch mehr Debuffs. Und wenn es mystische Champions sind. Kriegen sie oft Schnellenergie. Und dadurch geht ab und so so ein Teufelskreis los. Ich habe gegen eine Magic mal glaube ich 24 Debuffs auf dem Gegner gehabt. Der hat kaum mehr Schaden gemacht. Und ein bisschen unterschätzter Charakter. Steht auch bei uns in der Defense. Ist ganz schön böse, um gegen ihn zu kämpfen. Teilweise auch, weil er nämlich kein Bösewicht ist. Das heißt nämlich, die Blade-Synergie funktioniert nicht gegen ihn. Und viele Leute haben Mühe gegen ihn. Also ist eigentlich ein solider Charakter. Dann King Groot. Der war nur mal in der Defense. Und die Katalysatoren sind ausgelaufen. Ich finde ihn nicht gut. Ich finde ihn nicht stark. Ich finde ihn zu langsam. Ich finde seine Sustain nicht gut genug, um ihn zu rechtfertigen. Scarlet Witch erweckt, wenn ihr Anfänger seid. Auch im Mid-Game. Sie macht so viel. Früher war sie noch stärker. Aber sie ist ein solider Charakter. Da braucht ihr eigentlich keine Angst haben, dass ihr da was falsch macht. Dann Gwenpool. Eigentlich auch ein relativ, relativ starker Charakter. Macht den Gegner relativ stark fertig. Solange er bluten kann. Die kann man auch hochbringen, wenn man sie als 4 Sterne hat. Und keine besseren Optionen bei den 5 Sterne Champions. Und ihr Vorteil ist doch, wenn sie erweckt wäre, dann kann man sie auch nicht mehr One-Shotten. Und sie nimmt noch die gegnerische Fähigkeit weg mit einer gewissen Kombo-Hitzezahl. Aber ja. Ich benutze sie selber tatsächlich so gut wie nie. Dann Hulk. Der war früher mal gut. Ich habe ihn früher in der Allianz-Quest benutzt, weil ich den Abomination im ersten Teil auf Map 5 habe. Und er war früher meine Wahl. Mittlerweile benutze ich den Hyperion da, weil er auch giftimmun ist. Wolmarine. Einer meiner MVPs in der Allianz-Quest. Mit ihm clear ich eigentlich in der Allianz-Quest so gut wie alles. Weil seine Regeneration einfach dazu führt, dass ihr jeglichen Block-Schaden und jegliche kleineren Fehler permanent wieder korrigieren könnt. Das sind meine Charaktere, die ich auf Max habe. So wegen diesen Gründen. Und hier unten drunter alle Charaktere jetzt hier, die ich auf Rang 4 habe. Das geht jetzt nämlich hier bis zu diesem Star-Lord. Die sind natürlich auch alle relativ nützlich und bedingt einsetzbar. Und teilweise eventuell sogar Spezialisten, wie jetzt die Psylocke und die Guillotine. Aber das Spiel hat leider eben geschifftet, dass die 5-Sterne-Champions für mich leider viel mehr Wert und Nutzen haben. Und ansonsten hier könnt ihr noch gucken. Also ich habe sehr viele Charaktere, die wahrscheinlich viele auch gerne hätten. Ich habe zum Beispiel einen Void, aber ich habe ihn noch als 5-Sterne. Ich habe einen Killmonger. Den würde ich eigentlich selber gerne hochbringen, aber ich habe gerade keine Katalysatoren mehr. Dann mein Thor ist noch nicht erweckt. Meine Hela, dann habe ich noch einen Hulk, einen Gladiator. Aber den habe ich auch als 5-Sterne. Und ja. Hier sind noch die ein oder anderen guten Optionen natürlich auch für die Defense und alles mögliche drin. Allerdings. Diversity haben eventuell andere Leute sie schon. Und eben was unglaublich ist, ist zum Beispiel, dass ich Charakteren wie Black Bolt. Das ist so mein letztes Einhorn quasi. Und zwar, das ist einer der Anfangscharaktere, die ich bisher nur ein einziges Mal aus einem 4-Sterne-Kristall gekriegt habe. Den habe ich noch nicht dupliziert gekriegt. Das ist, glaube ich, wirklich das letzte Einhorn, was das angeht. So, und jetzt zu den 5-Sterne-Champions. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen arg viel geredet. Aber egal. Und hier ist das Thema auch nochmal kurz. Also, hier seht ihr quasi so meine Crew, die ich hauptsächlich für alles Mögliche benutze. Ich habe ein 5-Sterne-Blade, Spider-Man, Hulk, Void, Dr. Voodoo und Dormammu auf Rang 4. Hierbei muss ich sagen, dass der Dormammu in der Defense benutzt wird. Seit eh und je. Ich benutze den so gut wie nie im Angriff. Der ist auch nicht so stark und so gut im Angriff, auch wenn es sich teilweise so liest. Er hat zwar Power-Control, aber er ist nicht gut im Angriff. Er ist ein Defender. Er muss erweckt sein, dann ist er ein guter Defender. Dann habe ich mal einen Dr. Voodoo. Den wollte ich am Anfang gar nicht hochbringen, aber mir wären fast sonst T2 Alphas ausgelaufen. Dann habe ich mich entschieden, den Dr. Voodoo hochzubringen. Und ich war echt überrascht. Also ein sehr, sehr nützlicher und starker Charakter, auch mit der Regeneration zu Beginn des Kampfes. Sehr, sehr guter Charakter. Benutze ihn allerdings zur Zeit wirklich nur in Allianz-Quests. Äh, ne, nicht mal da. Ich benutze ihn zur Zeit wirklich nur in den Missionen, Event-Missionen und so Zeug. Eigentlich schade, aber ich kann ihn einfach in den Krieg nicht mitnehmen, weil ich nicht genug Plätze habe. Und meine Gegner oft anfordern, dass ich natürlich den Blade mit Synergie dabei habe und oft jetzt mittlerweile den Gladiator Hulk. Ähm, dann habe ich den Vood. Den habe ich eigentlich für den Allianz-Krieg Angriff mir hochgebracht. Aber meine Allianz hat irgendwie gemeint, wir stecken ihn in die Defense. Der steht jetzt bei uns in der Defense auf einem relativ fiesen Spot. Das sage ich jetzt nicht unbedingt wo. Der ist da, ähm... Die Leute schlagen oft unerwartet in ihn rein. Und da ich in meinem Profil natürlich auch einen Gladiator Hulk habe, denken oft die Leute, da steht der Gladiator Hulk drauf. Und plötzlich ist ein Void. Und es ist kein Spot, auf dem normal Voids stehen. Und dann habe ich den Gladiator Hulk. Den wollte ich einfach und fand ihn cool. Und ich habe von Akt 5 durchspielen gekriegt, dass ich einen Forschungs-Champion auf Rang 4 bringen kann, ohne Items zu nutzen. Das habe ich auf ihn gemacht, weil der Void war schon oben und die anderen Charaktere wären es nicht wert gewesen. Und deswegen benutze ich ihn sehr oft jetzt mittlerweile im Krieg, weil er natürlich ultra stark gegen Dormammus und alles mögliche ist. Gleichzeitig ist er Gift Immune und es gibt in der Mitte so einen Weg, auf dem auch in Dormammus steht. So eine Gift Note, wo dem Gegner immer eben über 100, äh... Ne, über 60 Sekunden 100% Gift Schaden machen würde. Und wenn man sich 6 Sekunden nicht bewegt, auch Gift Schaden und ein paar andere Sachen. Und da macht er eigentlich eine recht gute Arbeit und klöpft die Gegner da relativ gut weg. Und gerade auch gegen Endboss Dormammus ist ja ganz nützlich. Und dann haben wir den Spider-Man Stark Enhanced. Also das ist wirklich auch ein Zugpferd, der ist unglaublich. Der ist sehr, sehr nützlich. Ich habe keinen Star-Lord 5 Sterne. Ich habe nicht, also ich habe nicht mal normal, also vielen Fehler einfach nur erweckt. Und ich habe von Anfang an nur diesen, also was heißt von Anfang an, ab dem Moment, wo Spider-Man Stark Enhanced rauskam, habe ich ihn gekriegt aus den Crystals, habe drei aufgemacht und seit da benutze ich ihn. Und er ist quasi mein, mein Charakter, der einfach alle Gegner quasi umhauen kann. Er ist ein sehr nützlicher und sehr, sehr stärker Charakter. Und ja, ich benutze ihn eigentlich sehr gerne und auch bei Akt 5 durchspielen hat er mir sehr viel weiter geholfen. Dann haben wir auf Rang 3 hier eine ganze Palette an Charakteren. Quake, Modok, Yellowjacket und Ant-Man. Die sind einfach alle nur so, weil ich die Katalysatoren ausgeben musste. Damals war der Red Hulk noch nicht geupdatet, sonst wäre der nämlich auch noch auf Rang 3. Und Modok war auch mal eine Zeit lang in der Defense, aber wir haben noch einen Rang 4 Modok in der Allianz in unserer Battle-Gruppe. Der erweckt ist, der hat natürlich meinen Platz eingenommen wegen der Diversity. Und Yellowjacket und Ant-Man benutze ich eigentlich nur für die Synergie. Dann habe ich noch einen Iceman glücklicherweise, den würde ich ziemlich gerne eigentlich noch auf Rang 4 bringen. Und am liebsten auch irgendwie erwecken. Aber das Erwecken ist nicht so relevant bei ihm, deswegen werde ich auf keinen Fall einen generischen Game dafür benutzen. Wenn ich einen Mutanten kriege, werde ich ihn vielleicht benutzen. Und dann würde ich ihn auch gerne auf Rang 4 ziehen, weil er eben ein Spezialist ist, der auch sehr viel nützliche Sachen machen kann. Und ich ihn sehr stark finde. Der Ronin, ja den habe ich einfach früher, der ist aus Zeiten, wirklich aus langen Zeiten. Also kosmisch habe ich noch nie so die Charaktere toll gefunden. Und da habe ich einfach gedacht, ich nehme meinen 5 Sterne erweckten Ronin auf Rang 3 damals, als ich den ersten kosmischen hochbringen hätte können. Also ich hatte zuerst einen 5 Sterne auf Rang 3, bevor ich einen 4 Sterne auf Rang 4 hatte bei kosmisch und das war der Ronin. Und er ist teilweise auch ein Spezialist. Also es gibt Wege in Akt 5, wo die Gegner bei jedem Treffer, den ihr ihn macht, einen physischen Widerstands-Buff kriegen. Und der Ronin geht da durch wie ein Buddermesser, sage ich euch Leute. Weil ihr klopft da drauf und es deckt bis zu 10 hoch und der Ronin, wenn er erweckt ist, kriegt er pro Buff, der der Gegner hat, macht er mehr Schaden und seine Betäubungsdauer geht hoch. Das heißt, er macht Superkraft 1, 100% die Chance den Gegner zu betäuben und er ist eigentlich nur betäubt und er klopft drauf und er macht Schaden, 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 bis der Gegner tot ist. Aber das ist der einzige Punkt, wo man ihn einsetzen kann. Dann Hawkeye, ich glaube ich auch ein bisschen unterschätzter Champion, den habe ich auch mal auf Rang 3 gebracht, weil ich nichts Sinnvolleres zu dem Zeitpunkt hatte bei Talent. Und ja, mehr habe ich hier nicht auf Rang 3, aber ich habe hier sonst noch coole Champions, Cable, eine Magic, also mystische Katalysatoren, wisst ihr vielleicht, die sind immer, also bei mir sind sie immer weg, weil ich habe so viele gute mystische Charaktere. Und sie ist halt noch nicht erweckt, deswegen ist sie noch nicht Rang 3, sonst wäre sie sicher auch schon Rang 3. So wie es aussieht, habe ich sogar gerade wieder genug mystische, die wird vielleicht in Zukunft auf Rang 3 sogar hochgehen, weil sie halt auch recht coole Powerlock-Fähigkeiten hat. Und rein theoretisch habe ich zwei Awakening Games, die ich sogar nutzen könnte, aber wahrscheinlich nicht tun werde auf sie. Dann habe ich eben noch einen Taskmaster gekriegt, da muss er weg sein, bevor er interessant wäre. Ansonsten habe ich meinen 4 Sterne schon auf Rang 5 gebracht, hätte ich das jetzt noch nicht gemacht, hätte ich gerne ihn natürlich auf Rang 3 gebracht, den 5 Sterne, was einfach cooler ist. Und Punisher muss ich mir auch noch genauer anschauen, Agent Venom muss ich mir auch noch genauer anschauen, also das sind alles nur Optionen für vielleicht, vielleicht. in die Defense, wenn sie mal erweckt sind, King Groot und Storm und Black Panther Civil War. Also Black Panther Civil War eventuell auch eine Option für die Defense, aber das haben wir halt alles schon. Und das sind so meine Charakteren, jetzt fehlen noch die 6 Sterne Champions, da habe ich zwei, da habe ich eine Storm und ein Deadpool X-Force. Leider nichts anderes, also von anderen Klassen oder was ein bisschen nützlicher ist, viele mögen natürlich die Storm, bin kein Fan von ihr. Mein Inventar sieht wie folgt aus, Items ist eigentlich das Relevante, ich gebe unglaublich ungern diese Items aus. Ich habe 5 generische 4 Sternerweckungssteine, also und ich habe auch, wie gesagt, meine, ich habe eine Gwenpool, die ist auf Rang 5 und die habe ich jetzt weder erweckt mit dem Talent Game oder mit einem der 2 Talent Games, die ich habe, oder mit den 5 Neutralen. Weil ich sie derzeit einfach nicht benutze, ich würde es frühestens erwecken, wenn ich das für irgendetwas bräuchte und ansonsten kommt es auch mit der Zeit. Ihr fragt mich ganz oft, ob ihr die Charaktere erwecken sollt und ich mache es sicher etwas zu vorsichtig. Aber ich sage euch Leute, ihr macht euch da nichts kaputt, wenn ihr irgendwie nicht mal einen Rang 5 Champion machen könnt und ihr erweckt den jetzt noch nicht und wartet eventuell aus. Das ist halt wirklich einer der absoluten Top Tier Charaktere, sobald er erweckt ist, dann kann man es natürlich erwecken. Ich habe noch einen neutralen 5 Sterne Erwecker, den könnte ich natürlich auf Blade benutzen, will ich aber auch nicht, weil ich die Regeneration nicht so stark finde, dass sie sich lohnt, um einen neutralen Game zu benutzen. Das ist wirklich, das sieht sich ja mindestens 70% aller Spiele anders. Dann habe ich noch einen 5 Sterne Erweckening Game und bevor ihr mich fragt, wie ihr diese Erweckening Games kriegt, ich habe euch dazu mal ein Video gemacht und ich kann nicht anderes machen wie ihr. Es gibt nichts Geheimes, ihr müsst einfach Missionen durchspielen und Events spielen, die kommen und dann kommt das Zeug. Und ab und zu gibt es Angebote im Shop und dann kann man die kaufen, aber es gibt nichts Permanentes, wo ihr das jetzt herkriegen könnt, außer ihr spielt wirklich irgendwelche Missionen oder Events durch. Macht es einfach. Dann habe ich noch 2 5 Sterne Mystische Erweckening Games. Ja, da könnte ich eigentlich einen auf Magic benutzen, aber jetzt mit Infinite, äh, nicht Infinite, mit, äh, doch Infinite War, ähm, ja doch Infinite War, sorry Leute, ähm, kommen glaube ich ein paar mystische Charaktere raus. Und wenn ich von denen als 5 Sterne einkriege, dann sind die wahrscheinlich nützlicher zu erwecken als eine Magic. Eine Magic hätte erweckt eigentlich hauptsächlich einen Sinn in der Defense, in der Defense haben wir aber schon eine Magic, deswegen brauche ich es da nicht. Deswegen erwecke ich auch meine Magic nicht. Ähm, ja und ansonsten hier, ich habe auch 105 Sterne generische, 100 generische 5 Sterne Six Stones, die ich eigentlich benutzen könnte, aber ich habe in meinen Augen noch keinen Charakter, auf dem es wert wäre. Mein Void jetzt auch nicht, gerade auch, weil ich ihn nicht im Angriff benutzen kann. Und ich warte da lieber auf einen Charakter, der entweder mein erster Rang 5 Champion wird und dann mein Prestige damit einfach boostet. Oder einer, der wirklich einfach eine hohe Signature braucht, um richtig, richtig stark in Angriff oder so zu sein. Und dann werde ich das benutzen. Also wahrscheinlich nie. Ähm, dann habe ich noch, äh, Rang 2 auf 3 von, ähm, Technologie Champion 5 Sterne. Ja, 4 auf 5, äh, Forschung und 4 auf 5 Mystisch habe ich noch. Und paar Waking, und paar Six Stones und alles mögliche halt. So sieht mein Account derzeit aus. Äh, ich zeige euch kurz meine Masteries, da werde ich, denke ich, demnächst auch nochmal ein Video dazu machen. Aber wenn ihr so lange dran geblieben seid, ist natürlich auch eine beliebte Frage. Könnt ihr kurz noch meine Masteries abchecken, die sehen derzeit so aus. Müsst ihr das Bild anhalten. Erklären tue ich es jetzt nicht, weil da werde ich, wie gesagt, demnächst mal wieder ein Video zu machen. Interessant ist eben, ich habe noch das hier, Mystische Streuung, da müsst ihr halt schauen, weil natürlich jetzt mit der Diversity in der Defense es anders ist. Früher hatte ich natürlich 5 Mystische Defender und es hat mega profitiert. Und jetzt derzeit habe ich halt noch einen Dormammu, der teilweise auch der Allianz Krieg Boss ist. Deswegen habe ich es noch drin. Und ein Hood. Das sind die einzigen, die gerade noch davon profitieren. Sonst war auch die Überlegung, das rauszunehmen. Ja, das war jetzt meine Account-Tour. Ich glaube, die ging viel zu lange, aber ihr wolltet sie haben. Ich breche sie jetzt auch nicht runter. Ich schneide da nicht irgendwie die 1, 2, 3, 4 oder 5 Sterne Champion raus. Wenn ich noch irgendwas vergessen habe, dann schreibt mir das noch. Also was ich euch noch zeigen kann, gehört natürlich noch zum Account. Das sind meine Entwickler. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Rang 3 euch nicht interessiert. Rang 4 sieht so aus. Ich habe gerade mehr als 15 generische, 9 kosmische, deutlich mehr als 12 Mutant. Neben Mutant habe ich 13, da habe ich einen im Überlauf. Dann habe ich 2 Forschung, 3 Mystisch, 1 Talent leider eben nur. Und ich glaube, 16 Technologie. Ah ne, es sind doch Mutanten. Es sind 16 Mutanten und 13 Technologie. Ja, und hier unten nochmal 3 generische. So sieht es hier noch aus. Und ISOS, ja. Dadurch, dass ich allein die Openings für euch mache, habe ich natürlich immer ordentlich ISOS am Start. Und auch so, weil eigentlich alles, was ich aufmache an 4 Sterne und so ist ein Duplikat. Ja, das war es zu meinem Account. Und ihr könnt auch gerne mal schreiben, welchen Champion ihr gerne als Rang 5 sehen würdet. Weil ich bin mir da einfach nicht sicher. Ich habe auch schon unter Videos von mir Diskussionen gesehen. Eben, solange die friedlich bleiben, habe ich damit kein Problem. Das ist einfach so. Manche, also die meisten sagen wahrscheinlich einfach Blade. Einfach, er ist wirklich sehr effektiv. Aber ich bin mir sicher, dass viele Leute, die YouTube schauen, das auch sagen. Weil einfach Leute wie Satan und alle anderen YouTuber das sagen. Mich stört allerdings, dass er diese Synergien braucht. Also jetzt mein Szenario. Ich habe einen Gladiator Hulk. Ich muss den ab und zu mitnehmen, um gewisse Dormammus aus dem Weg zu räumen. Was ist jetzt also, was passiert? Ich muss den Gladiator Hulk in mein Team packen. Da habe ich meinen Gladiator Hulk im Team. Dann packe ich meinen Blade ins Team. Und dann mein Spider-Man. Und was passiert dann? Dann ist Blade plötzlich nicht mehr der glänzende Held. Weil der Blade nicht mehr seinen Schurkenbonus hat. Weil ich keinen Platz für Dormammu oder Ghost Rider habe. Das heißt, ich muss einen Spider-Man, äh Starkenhance, der ultra stark ist, aus meinem Team rauswerfen. Und ihn ersetzen durch einen Dormammu oder einen Ghost Rider. Der Ghost Rider bei mir ist Rang 4. Und komplett unnütz. Das heißt, ich beschränke mich dann plötzlich auf Blade und den Gladiator Hulk. Und deswegen stelle ich mir eben die Frage, welchen Charakter ich auf 5.50 bringen soll. Und eben im Überlegen sind natürlich alle zwischen Hulk, Dr. Voodoo, Void, Spider-Man, Blade, sogar Iceman würde ich reinnehmen. Dormammu würde ich nicht nehmen. Ich will meinen Rang 5er nicht in die Defense stecken. Und ja, könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr wollt. Vielleicht mache ich sogar eine Abstimmung. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ein Charakter zu viel für die Abstimmung. Aber vielleicht habt ihr trotzdem eine Abstimmung. Dann habt ihr hier oben ein I, auf das ihr draufklicken könnt. Haut rein, Leute. Ach, letztens hat sich jemand beschwert wegen diesen kalten Verabschiedungen. Also in dem Fall, wem diese Verabschiedung zu kalt war, der kann sich jetzt in die Küche gehen. Einen schönen, warmen Tee machen. Dann nimmt er den Teebeutel nach exakt 5 Minuten raus. Drückt ihn auf seinem Finger aus und wirft ihn gegen die Wand.